Guten Tag und willkommen beim Wetter. Der Samstag bringt meist trockenes und mildes Wetter nach Vorarlberg. In den Bergen ist aber vereinzelt mit Schnee und im Rheintal mit Nebel zu rechnen. Ansonsten setzt sich am Nachmittag die Sonne durch und die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad. Am Sonntag lockert es mit dem Hochdruckeinfluss wieder auf und die Sonne scheint fast überall. Vereinzelt ziehen Wolkenfelder durch, die den sonnigen Eindruck aber nicht trüben. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei mit bis zu 9 Grad. Die kommende Woche startet mit ähnlichen Wetterverhältnissen und sonnigen Phasen. Es bleibt weiterhin mild mit bis zu 10 Grad.